Liebe Pflegerinnen und Pfleger, lieber Helfer, liebe Ärzte, wir wollen uns heute einfach mal bei Ihnen von Herzen bedanken für Ihren Einsatz, für Ihre Leidenschaft, gerade in dieser schwierigen Phase. Wir wissen, Sie haben alle große Belastungen und dennoch hört man von Ihnen wenig, sondern Sie arbeiten. Sie arbeiten im Dienste unserer Kölnerinnen und Kölner und von daher wissen wir das sehr, sehr, sehr zu schätzen, denn eins ist klar, ohne Gesundheit ist alles nichts und nur gemeinsam schaffen wir das, aus dieser Krise rauszukommen und ich persönlich wünsche mir schon auch, dass nach der Krise dann alle Menschen schätzen, was sie leisten und dass das Ihnen dann auch zugute kommt. Von daher für mich persönlich, ihr seid alles Helden für die Kölnerinnen und Kölner und gemeinsam werden wir das schaffen. Herzlichen Dank auch im Namen des gesamten 1. FC Köln.